Hey Leute, willkommen zurück zu Case Animatronics. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache das jetzt im Wechsel mit Claire. Oh! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Okay, wo ist das Schwein? Hä? Hat mich nicht gewischt. Wo ich denn jetzt hin? Ich war noch nicht da hinten bei B. Doch, da war ich schon. Ist er denn jetzt weg? Es gibt keine Dietriche. Oh nein. Was? Oh nein. Oh nein! Ich ziehe mal die Brille auf, sonst sehe ich nichts. Ich sehe alles im Schwamm. Oh, jetzt haben wir Brillenträger öfter das Problem, habe ich gehört. Oh, da draußen steht er schon. Das ist scheiß Vieh. Das stört den noch gar nicht, wenn ich... Ah, ich lese einfach mal einen Text. Ah! Ich bin zu dumm. Ja. Einfach mal einen Text lesen, obwohl ich nicht darf. Das ist aber auch laut, verdammte Scheiße, ist das Spiel laut, Mensch. Oh Gott, oh Gott, da vorne ist er. Warum habe ich denn keine Keycard? Ich habe doch eine Keycard. Ich habe doch eine Keycard. Meine Fresse. Oh Gott, die Tür ist zu. Ich hatte doch eine Keycard. Gehe ich da noch aufmachen, oder ist da immer nur eine auf? Oh Gott, nein. Ich habe es verarscht. Hoffe ich doch. Oh, oh, oh. Die blaue Keycard. Okay. Wie geht es ganz? Hä? Ich kann mich da drunter verstecken. Ich habe es kapiert. Oh Gott, ist das hier dunkel. Ich habe es kapiert. Oh Gott, jetzt sieht es aus, wie die ganze Ketten ist. Oh. Was? Sick. Bastard. Ein giganter Kuss. Was? Was? Mit der Kitten? Da steht ja alles in Russisch. Ich kann kein Russisch meine Fresse. Mit einer roten Karte wahrscheinlich. Da liegt was zu lesen. Ich werde bald die Hochschule besuchen. Ich habe diese Familienpizzeria ein paar Mal besucht. Ich habe nie den Inhaber dort gesehen, was sehr komisch ist. Vielleicht arbeitet er als Koch und mag es nicht unter Menschen zu sein. Es spielt auch keine Rolle, denn sie machen wirklich gute Pizza, aber der Machmann ist nicht so nett. Er hält Kinder davon ab, sich mit den Animatronics zu beschäftigen oder sich ihnen zu nähern. Das ist ziemlich blöd. Ich würde sie wirklich gerne mal anfassen. Mal schnell lesen. Am Helikopter ist irgendwie von oben runter gesprungen. Und dieses Keypad ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Wisst ihr das? Hey, guck mal da geht es rein. Da leuchtet was. Ist aber nichts. Das ist nur die Lampe. F. Tusch. F. F. Er ist gerade draußen. Alles leer. Der Charger. Ich weiß halt nicht wo das ist. Da Ben´s Zimmer irgendwo. Im Jahr 1977 gab es nur eine einzige Firma, die Animatronics für die Unterhaltung von Kindern verwendet hat. Während andere Unternehmen diese für Filme gebrauchten. Was ziemlich cool war. Ich erinnere mich als ich mit meinen Eltern in einem Restaurant war. Sie sahen faszinierend aus. Wirklich schade, dass diese Kreatur-Charaktere nur auf der Bühne standen. Sie sahen echt aus. Was wenn sie laufen könnten? Alles nass oder was? Oh. Die ist gerade irgendwo oben. Was ist das denn? Was ist da in der Kiste? Meine Fresse. Äh. Bundesstaat Colorado in der Stadt Aurora hat nach Zeugenaussagen, äh, hat nach Zeugenaussagen Gehen 1 Uhr nachts ein unbekannter bewaffneter Mann ein Haus betreten, das die Familie bedroht. Nachbarn und Passanten riefen die Polizei und berichteten von sehr viel Lärm aus dem Haus. Ein noch unerfahrener Polizist war als erstes am Tatort. Während des weiteren Verlaufs starb, eine Frau und ein weiterer Mann wurde verletzt. Der Besitzer des Hauses befindet sich derzeit in einem Koma im Krankenhaus. Der Verbrecher schaffte es zu fliehen, trotz der Unversehrtheit des Polizisten. Wurde dieser anschließend einem psychologischen Gutachten unterzogen. Die Polizei verweigert jeglichen Kommentar. Ist das vielleicht dieser Mann? Oh Gott. Da geht die Tür nicht auf, ne? Bitte, da ist noch so ein Vieh drin. Hätte ich nur Russisch, ne? Der Asservaten, also die Asservatenkammer schätze ich einfach mal. Ah! Haha! Ich bin hier in der Sackgasse. Dann bin ich nicht mehr weg. Ah! Ich kann aber auf gegen die Tür zu schlagen. Also es kommt jetzt hier rein, ne? Hör auf jetzt. Ich kann aber auch nicht schleichen. Das ist ja das Geile. Hör auf! Weg! Das ist ja schön. Kannst einfach nicht halt in die Ecke. Das finde ich ja allerliebst. Oh nein. Oh Kinder. Ich bin doch nicht scheiße. Oh! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Ah! Oh, du Drecksau! Das hat nur noch ein Auge gehabt. Habt ihr gesehen? Das Tablet ist empty. Ich erinnere mich, dass es ein Charger war in Bens room. Oh! 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 Das Benz... Ist das immer? Nein. War ich ja eben schon. Das ist kein Charger! Das sind doch Donuts! So eine Scheiße hier! Oh! Das sind jetzt zwei verschiedene? Genau das sind zwei verschiedene. Nein, 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 nein. Ich sehe nichts mehr. Hilfe! Diese Scheiße, Leute, wenn das so weitergeht, mache ich nicht mehr weiter mit dem Spiel. Ich kann das nicht spielen, das ist mir zu krass. Deine Mutter ist ein Charger. Oh Gott, Mann, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Fuck you, man. Ich weiß nicht, was weiter geht. Das wird mir fertig. Das ist mir doch scheißegal, man. Das war die rote Keycard. Das ist kein Charger, das sind nur Texte. Fuck you. Oh, ist jeder für... Auch zu flackern jetzt. Soll ich das machen, dass es auch nicht zu flackern. Ah, es flackert nur noch. Da ist Lampe. Ich kann mich am Schrank verstecken. Sehr herrlich. Ich sehe vielleicht irgendwo Bens Zimmer. Boah. Boah. Auf damit. Irgendwas in den Schränken vielleicht versteckt, was ich brauchen kann. Ne. Oh, Leute, ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr spielen gleich, ne? Ich... Boah. Der platzt gleich im Auge. Ich merke, wie es brennt und immer... Ah. Ah. Nein. Nein. Warte, ich fresse jetzt. Ich habe wieder den Lüftungsschacht gezogen. Oh, meine Fresse, ich will das nicht mehr spielen. Diese Jumpscare-Scheiße. Ich will was schönes spielen. Okay. Ah. Jetzt weg. Warum sind die zu zweit? In so einem kleinen Büro ist das echt kacke. Da ist doch nichts. Da war ich ja, da war... Da war scheiße war da. Das Ding ist doch an, oder? Na ja. Da war eine rote Keycard. Da aufzuatmen. Ah. Wie? Wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Wie hast du mich bitte? Ich bin hinter dir vorbeigelaufen. Das ist toll. Ah. Durch Türen kommt es nicht so leicht. Leute, ich mache jetzt Schluss. Ich habe keinen Bock mehr. Heute reicht es. Ich habe schon noch Bock, aber heute reicht es. Wollt ihr es weiter sehen? Schreibt es mal die Comments. Ansonsten mache ich was anderes. Tschüss. Danke für die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeitlichkeiten. på Westen. Ich habe einen schönen Tag. Ich habe jetzt ¡Ding, Türen!